Wow, wie gut sein, wie gut sein, wie gut sein, wow, wie gut sein. Sehr verehrte Damen, Herren, Diverse und alle anderen. Wie Sie sich hier mitbekommen haben, gerät die Welt gerade von einer Krise in die nächste. Wir haben gerade quasi multiple Krisen, die einander davon abhalten, also die uns gleichzeitig davon abhalten, uns um alle gleichzeitig zu kümmern. Und wir haben, wie Sie gesehen haben, dieses Jahr wieder eine neue Krise dazubekommen. Natürlich rede ich von der Putin-Krise, die sehr viele Menschen beunruhigt. Und als verantwortungsbewusstes Mitglied unserer Gesellschaft habe ich mir natürlich auch als Wissenschaftler darüber Gedanken gemacht. Und ich kam zu dem Schluss, so wie die Antilope die Lope ausgerottet hat und so wie der Kontrabass nun endgültig und eindeutig in den Probass ersetzt hat, so gibt es auch gegen Putin nur ein einziges probates Mittel. Natürlich kann man Putin nur mit Rasputin bekämpfen. Nun, das Problem mit Rasputin ist, dass er nicht mehr in allen Einzelteilen, also als komplettes Wesen, verfügbar ist. Aber tatsächlich sind ein paar Einzelteile durchaus noch erhalten geblieben. Und ich habe keine Mühen und vor allem Kosten meiner Sponsoren gescheut, um eines dieser Einzelteile aufzuspüren und für meine Forschung Nutzer zu machen. Die Rede ist natürlich von Herrn Rasputins ganz eigenem Geschlechtsteil. Ja, also ich habe den Penis von Rasputin in meinen Besitz gebracht, um von ihm die noch vorhandenen Spuren seines genetischen Codes, seiner Essenz quasi herauszufiltern, herauszufiltrieren, herauszudestillieren, um damit ein Medikament, eine Chemikalie, ein Mittel zu kreieren, das ich hierin nun hochkonstriert abgefühlt habe, die von mir höchstpersönlich entwickelte, noch nicht patentierte und höchstexperimentelle Rasputinol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Pakungszulage oder fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Das Rasputinol hat die herausragende Eigenschaft, dass, wenn man es in ein adäquates, ein passendes Testobjekt infiltriert, inhaliert, importiert, also einfügt, penetriert, dann wird dieses Wesen die Essenz Rasputins in sich aufnehmen und mit der Zeit selbst zum Rasputin werden. Und so wird es mir gelingen, Rasputin erneut in diese Welt zu bringen, um wieder ein Regime zu Fall zu bringen. Nun, genau dafür habe ich mir auch ein Testobjekt besorgt. Ich habe es vorsorglich ein wenig sediert und werde nun mich daran begeben, das Rasputinol in dieses Testobjekt einzufügen, infiltrieren, importieren und somit Rasputin 2.0 zu erschaffen. Das Rasputin 1.0 zu erschaffen. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, ist nun also Rasputin 2.0 endlich erwacht im Körper meines Versuchsobjektes. Er ist noch ein wenig verwirrt, muss ich sagen. Ich glaube, es ist alles sehr neu und überraschend für ihn. Er kann sich noch nicht so richtig orientieren, aber das werden wir gleich klären. Bevor Sie sich nun wundern, natürlich spricht Herr Rasputin nur Russisch. Aber dank meines nicht patentierten Universalübersetzers wird er durchaus in der Lage sein, mich auf Russisch zu hören. Und dieses Gerät wird auch ihn für Sie und mich in das Deutsche übersetzen. Also, dann wollen wir mal unseren neu wiedergeborenen Freund und Helfer einweihen in den großen Plan. Ah, Herr Rasputin, wie schön Sie zu sehen. Sie sind sich ja ein bisschen irritiert und verwirrt auch für diese Situation. Nun, Sie müssen wissen, Sie waren tot, aber es ist uns gelungen, also mir gelungen, Sie wiederzubeleben. Wir haben Sie, also Sie sind wieder lebendig im Hier und Jetzt, im 21. Jahrhundert nun mittlerweile. Habe ich das gewünscht. Es ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Der Zar ist nicht mehr, das Zarentum an sich ist auch nicht mehr. Das russische Reich hat einige, es war zwischenzeitlich ein sozialistischer Staatenbund und jetzt eine, dann eine Pseudemokratie oder eine Demokratie. Jedenfalls zurzeit gibt es einen neuen... ... der ihm durchaus... Frage, komischer Mann, was hat das mit mir zu tun? Nun, Sie haben sich doch immer für das Wohl des russischen Volkes eingesetzt. Und das russische Volk leidet unter seinen neuen Despoten und deswegen wäre es sinnvoll, wenn Sie doch mal nach dem Rechten sehen würden in Russland, um Russland zu retten und auch den Rest der Welt vor Russland zu retten. Deswegen habe ich mir gedacht, Sie gehen jetzt rüber nach Russland zu dem jetzigen Herrscher, einem gewissen Herrn Putin, um Ihnen dann zu zeigen, wie man das richtig macht. Habe ich verstanden. Brauchst du einen neuen König? Genau, wir brauchen einen neuen Herrscher in Russland. Oh, brauchst du einen neuen König? Ja. Du, hätte ich eine super Idee, dann nehmen wir doch einfach den Kini. Den Kini? Äh... Okay... Ich habe ein Monster geschaffen! Schon wieder! Da kann das... Irgend... 190 Jonah Ohohohohohohoaisse.. Erster FC Vrasputin! Komm her, du! Anfänger! Seit wann redest du so, wie ich reden müsste? Du musst dort eine gute Opinion über dich wieder rauskommen! Ich bin doch Sprachwissenschaftler! Ach! Da lernt man auch, wie man bekloppt denkt! Das war's! Das war's! Das ist mit dem Burger-Septam und der Krutte! Das war's, ne?